ich bin starter und ich freue mich dass ihr wieder mit dabei sein dass der herr verschlagen hat naja guterweise auch und wir wollen uns hier weiter durch prügeln aber wir haben ich bin nur hier jetzt komme ich rein immer wenn das schwert da ist also so ist es easy link auf die winde und das torsdorf auch Verdammt, Geralt. Es ist ein Wunder, dass ihr noch lebt. Das mit der Treppe hättet ihr mir auch sagen können. Lambert und Eskel wollten sie gestern eigentlich reparieren. Wir sind keine Maurer. Egal. Der Professor und der andere Magier müssen sich im Burgfried verstecken. Seht der Wahrheit ins Auge, Hexer. Sie sind hier, um euch zu berauben. Trish, Kind, wir besitzen nichts Wertvolles. Etwas guten Stahl, Schneefuchspelze. Ich meine das Labor, das wisst ihr genau. Jemand will eurer berühmten Mutter Gene. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Trish könnte Recht haben. Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Eins nach dem anderen. Wir sollten einem starken Magier mit einem Furchtbringer nicht den Rücken zudrehen. Und ihr dürft die Banditen nicht ins Labor lassen. Wie üblich habt ihr Recht, Trish. Geralt, ihr kennt euch mit Magiern aus. Findet heraus, was der hier will. Leo wird euch führen. Nur Aufklärung, oder? Niemand ist traurig, wenn ein paar von denen einen Kopf kürzer gemacht werden. Ihr schafft das, Wolf. Aber vergesst nicht, dass Leo bei euch ist. Ich schaffe das schon. Wir sehen nach, was da drin los ist und kommen dann zurück. Nehmt für alle Fälle diese Tränke. Trinkt Donner jetzt und hebt Schwalbe auf, falls ihr Heilung braucht. Ich kann euch erklären, wie sie wirken. Wir sorgen dafür, dass sonst niemand reinkommt. Trish, ihr bleibt bei uns. Nur falls Savola etwas Neues einfällt. Öffne das Inventar durch den Link auf das Franzen-Symbol oder durch I. Um zuhör auf die Giescher Seite. Rechtlich auf einen Donner-Krank, um ihn zu benutzen. Äh, Donner-Krank. Okay. Das ist auch. Natürlich. fertig gerald ist das euer erster echter kampf nein aber ich habe noch niemals einen menschen getötet bleibt in meiner nähe oder warum zieht der den eingang gerald wartet was da drin sind banditen trinkt den donner trank den wese mir euch gegeben hat habe ich doch schon gerald wartet was da drin sind banditen trinkt den donner trank den wese mir euch gegeben hat dann habe ich nicht mehr hier noch ein ich kenne alle balladen die rittersporn über euch verfasst hat lambert sagt dass ich nie so schnell wie ein echter hexer sein werde aber heute beim training konnte ich ihn treffen ihr habt lambert geschlagen wir haben gefochten als dieser seltsame sturm kam lambert sah weg ich machte eine drehung und traf ihn am bauch aber er fiel nicht und besiegte mich dann doch ihr werdet bestimmt noch ein guter schwertkämpfer ich weiß jedes mal wenn lambert nicht besiegt sagt er dass ich potenzial habe aber mal wird meine hexer klinge wir hätten mit jemand anderem anlegen jetzt haben wir dich aber legt euch mit mir an und ihr sterbt hallo und ihr könnt ein hexer nicht besiegt und ihr könnt ein hexer nicht besiegt manchmal ist es echt gewöhnungsbedürftig aber es ist er mich hat sehr anlösen aber das ist schlitter reichen also nichts mitnehmen okay was die noten ist als nicht so die gruppe kannst du es aber schließen gegen eine gruppe schwächere gegner wechseln sowohl durch eifensymbol oder rutschen das werde ich dir bereuen und schnell wenn ich alkohol diese treppe führt zum laboratorium folgt mir die energie die ihr dem kreis der elemente entzogen hat reicht sie um die hexe aufzuhalten ihr zittert ja dabei hattet ihr euch doch beschwert dass er wollen keinen von ihnen für euch übrig lassen wollte ja durch der anblick eines einzelnen hexers des weißen wolfs persönlich angst ein dieser mann der im übrigen als tot galt ist ein berüchtigter mörder aber ich fordere ihn nur zu gern heraus leo zurück kommt schon professor wir brauchen mehr zeit ich beherrsche die macht des kreises der elemente sie sind keine gefahr der weg ist versperrt die treppe ist blockiert die magische barriere sieht stabil aus wir brauchen triss die rauben uns aus gerald macht oben den weg frei nutzt ein zeichen ein zeichen das art ich kann es nicht mehr wirken seit ich mir beim training die finger gebrochen habe wirkt das art auf den schutt ich erinnere mich nicht an die zeichen gehen wir zum kreis der elemente eine quelle der macht ihr müsst versuchen das art zu erlernen in ordnung ok das ist ein dunkel ja nur weil es nur wieder mit hachstein oder zeichen zu erlernen hattet ihr erfolg das werden wir gleich wissen ich wusste es würde klappen gehen wir zurück ehe lambert den furchtbringer selbst tötet das arztzeichen ist eine telekomponente kraft die hilfe hier ist um blockierte passagen zu öffnen oder fall ist so zu schluss rechtlich Prozent also komm ich rein was konntet ihr in Erfahrung bringen die Banditen sind im Labor und suchen nach etwas der Magier hat mit Hilfe des Kreises der Elemente eine magische Barriere erschaffen ihr dummen Kinder wieso habt ihr den Kreis nicht erwähnt Trish mein Kind es schien nicht wichtig wenn sich der Magier mit dem Kreis verbunden hat kann er ein stabiles Portal schaffen durch das er überall hin auf dem Kontinent reisen kann mitsamt eurer Ausrüstung gut wir haben einen Fehler gemacht aber ihr habt gesagt der Magier sei harmlos ich sagte ich kenne ihn nicht wir sollten jetzt vor allem das Labor schützen keine Panik Merigold wir wissen ihr wollt gern unsere Hexer Geheimnisse sehen wenn dieser Idiot nicht die Klappe hält werde ich genug Lambert hört auf Triss zu ärgern er weiß dir etwas Respekt Triss wenn wir zum Labor gehen sitzen wir in der Falle von Taktik verstehen wir etwas vielleicht sollten wir uns aufteilen Gerold hat recht wir müssen das Labor schützen und den Furchtbringer töten wer übernimmt was nur ich kann die Barriere durchbrechen ich gehe hinein wie sie mir ich bleibe hier und kümmere mich um den Furchtbringer und Savola und ihr Gerold wir könnten beide eure Hilfe brauchen ähm ich will Triss beschützen das Labor ist wichtig ich gehe mit Triss ich auch damit wäre das entschieden Eskel und Lambert bleiben bei mir Savola hat gerade einen Zauber gewirkt etwas geht hier vor der Boden bebt spürt ihr es sie brechen durch schnell verteidigt das Labor Das könnte ein harter Kampf werden, Geralt. Nehmt diesen Trank. Die Hexer nennen ihn Waldkauz. Er regeneriert Ausdauer und ist sehr nützlich im Kampf gegen Magier. Danke. Lasst uns gehen. So. Ja, was ist das später? Wir schützen ihn und stoßen bei der Barriere wieder zu euch. Jetzt sterb ich dir weg von einer Männer. Okay. So. 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 Niemand legt den Salamantran. Alles. Halt gegen. ich habe noch richtig auf den keks euer letztes stücklein hat geschlagen ja 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 Los geht's! Niemand steckt sich mit den Salamanderen an. Niemand! Na, das landet irgendwie. Euer letztes Stück live hat geschlagen. Jedes Mal, die durch die gelben beiden Landen stellen, wird sich hier ein Zeichen einsetzen. Wenn die Ausnautzündung ist, könnt ihr keine Zeichen hören. Ja, das haben wir auch ohne. Ihr habt gerade euren Gegner betäubt. Links klickt auf ihn und wird es erledigen. Hat er euch erwischt? Nein. Aber wenn das nur magische Lichtspielereien waren, möchte ich keinem wirklich mächtigen Zauberer begegnen. Ich wollte euch helfen, aber ich konnte diesen merkwürdigen Kreis nicht durchbrechen. Savola sieht die Radieschen von unten wachsen. Darauf kommt es an. Wir müssen Triss helfen! Los jetzt! Dafür, ein bisschen dir, Schwarzpulver, Geld. Richtig, Apo Eingang. Ich habe zur zweiten Etage, Küche. Ich habe euch rechnen gelaufen. Ich habe euch rechnen gelaufen. Ich habe euch das angeguckt. Orientierung eines Esels. Wolle, war das? Wolle, war das? Das ist ja auch gelaufen. Das Licht hier. Sie plündern das Labor. Der andere Magier ist... Ich habe ihn unterschätzt. Beeilung. Oh ja, da ist er. Hey, da geht's nicht rum. So, was war ich hier rum? Das war Skyrim als Beispiel. Ne. Äh, ja. Es war Level abgegangen. Und was bringt mir das? Tagebuch, Geld. Gut, das ist gefährlich. Ähm, Tagebuch. Ja, Karte. Ist das gefährlich? Doch. Ja, es ist gefährlich. Okay. Das ist es. Wir haben, was wir wollten. Professor, kümmert euch um diese Hexer. Es heißt, Hexer könnten Bolzen im Flug abwehren. Mal sehen. Leo, stopp! Ah, es ist also nur ein Märchen. Was ist passiert? Rippenbrüche, Lungenriss. Er stirbt. Er braucht Raffards Absud. Haltet durch, Leo. Es war hier. Ich kann es nicht finden. Wese mir. Leo ist tot. Wie ist das passiert? Er hat den Professor angegriffen. Ich kam zu spät. Es ist nicht eure Schuld, Geralt. Wir sind alle verantwortlich. Triss hat für uns gekämpft und es kaum geschafft. Es sind schlechte Zeiten für Hexer. Und etwas sagt mir, sie werden nur noch schlechter. Ist es da oben sicher? Relativ. Da oben sind ein paar Nachzügler. Aber um die kümmern wir uns später. Ihr seht müde aus. Ich möchte, dass ihr euch ausruht. Ich halte Wache und kümmere mich um Leos Leichnam. Das ist ein Meditationssymbol, um den Meditationsmodus zu wechseln. Wir sehen uns später. Mal gucken, ob ich noch irgendwas ist. Mose und Gräser. Von dem Geruch wird mir schwindelig. Einst legten sie mich hier drauf. Okay. Fehlt nur noch ein Magier, der damit umzugehen weiß. Also wir haben uns ja auch ein Level abgemacht. Wie wir haben. Wo wir sind. Ja, irgendwie nicht. Wann? Aber wir haben ja auch wieder zu klicken. Ähm, nur V? Oh. doch gelesen ich habe keine medikationszeichen und wie witzig oder ja 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 Ja, wir sehen uns später. Ja, wir sehen uns später. Ja, Leute, ich würde gerne meditieren, aber irgendwo weiß ich nicht wie. Ja, wir sehen uns später. 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 5. 3. 4. 5. 6, 7, 8. Ja. ja also ich probiere darum oder ich google jetzt aber mal und dabei sein ich wünsche euch einen schönen tag bis zur nächsten folge